Hallo, wir sind jetzt in Mittelfahrt und werden gleich ein bisschen was Abenteuerliches machen und zwar einen Bridgewalk, also über eine Brücke in 60 Meter Höhe gehen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil ich ja ziemliche Höhenangst habe. Ich hoffe, alles wird gut gehen und als erstes muss ich mir mal so einen Überzieher anziehen. Keine Höhenangst haben, also da kennt man überhaupt keine Höhenangst. Aber wenn es so ist, dann schau nach unten. Wenn man nach unten ist, dann schau nicht nach unten. So, wir sind jetzt schon oberhalb der Fahrbahn. Man sieht es, hier fahren Autos oder Züge. Melanie ist doch etwas zu hoch geworden. Die dreht um und ist auf dem Rückweg und wir machen jetzt aber weiter. Wir sind jetzt in Höhe von ungefähr 45 Meter über Meeresspiegel und steigen bis dann auch 55 Meter in der Mitte der Brücke. Das ist das Richtung Ostsee. Und die Stromrichtung hier wechselt viermal am Tag. Das hängt mit Ebbe und Flut zusammen. Das heißt, wenn der Fluss oder der Strom Richtung Süden ist, dann bringt das salzhaltiges Wasser im Ostsee und wenn das Richtung Norden ist, dann bringt das Süßwasser vom Nordsee bis in Kattegat und dann weiter ins Kargat und dann in die Nordsee ein. Das wechselt alle sechs Stunden hier. Wir haben jetzt auf die andere Seite der Brücke gewechselt. Wir sind jetzt ein bisschen auf der Sonnenseite. Man sieht hinter mir auch die Stadt Mittelfahrt und die neue Brücke. Wir bewegen uns ja auf der alten Brücke. Es ist relativ windig hier oben und unglaubliche Aussicht. Echt ein geiles Erlebnis. So, wir sind runter von der Brücke wieder und wir werden uns jetzt mal auf die Suche nach der Melanie machen. Guten Morgen Leute. Gestern sind wir nach unserem Bridgewalk auf die Insel Lolland Pfeister hier noch in Dänemark gefahren. Und wir haben heute Nacht in einem ganz besonderen Hotel geschlafen. Und zwar sind wir in der Ortschaft Holleby und haben hier in der Factory Lodge geschlafen. Die Factory Lodge ist eine ehemalige Zucker- und Papierfabrik, die dann umgebaut worden ist. Und zwar befindet sich da oben in diesen Räumlichkeiten das Hotel. Das heißt, es sind geräumige Zimmer, die ganz modern eingerichtet worden sind. Nicht wie von außen in diesem Industrie-Look, sondern die sind komplett schick und modern eingerichtet mit allen Annehmlichkeiten. Und von außen ist es einfach wie wenn man in einer uralten Fabrik schlafen würde. Hier hinten noch der Schornstein. So, wie angekündigt sind wir jetzt in Marie-Lüst und hier sind wir mit Timo. Timo hat das Surfcenter Pfalster und er wird uns jetzt ein bisschen was hier zu seinem Home-Spot erklären. Wie der funktioniert, welche Windrichtungen ihr braucht und was euch hier erwartet. Ja, das stimmt. Hallo erstmal. Wir sind hier in Marie-Lüst am Hauptstrand, wo man die Windrichtung hier genau Ost hat. Ost wäre hier genau auflandig. Und von den Bedingungen her ist es hier, wie ihr sehen könnt, ein Sandstrand eben auch und im Wasser auch nur Sand. Das heißt keine Steine und es wird langsam, langsam tief mit ein paar Sandbänken draußen. Das heißt, ist hier Fäulen möglich? Fäulen wäre hier möglich, ja. Man muss dann ungefähr 30 bis 40 Meter rausgehen und dann kann man von da aus schon fäulen. Und gibt es hier irgendwelche Einschränkungen, Badezonen? Wir sind jetzt hier genau am Hauptstrand, kann man sagen, von Marie-Lüst, also im Zentrum. Deswegen im Sommer hier hat es relativ viele Leute. Aber sonst ist der Strand ungefähr, der ist 20 Kilometer lang. Also wenn man sich ein bisschen Richtung Norden oder Richtung Süden bewegt, dann hat man auch Platz und kann da auch frei Fäulen, Kiten, Soppen, alles machen. Und auch Windsurfen natürlich, ja. Und das funktioniert eben von südlichen Richtungen auf Südost, Ost bis Nordost und auch Nord würde hier funktionieren. Perfekt, super. Danke, Timo. Ja, bitte. Dann schauen wir auch gleich zum nächsten Strand. So, back again. Wir sind jetzt eine halbe Stunde von Marie-Lüst gefahren. Wir sind hier in Farel. Farel ist jetzt eine ganz kleine Insel. Hier rechts über die Brücke sind wir hierher gefahren. Man kann hier direkt an den Spot mit dem VW-Bus fahren. Hier auf der linken Seite über der Straße ist auch sofort das Meer und Wasser. Und der Timo wird uns jetzt erklären, was an dem oder welche Windrichtungen an dem Spot funktionieren. Hallo nochmal. Ja, jetzt sind wir auf Farel gelandet und wir sehen können die Brücke, die Farel-Brücke im Hintergrund. Und das ist genau eigentlich Richtung Brücke, ist genau West. Das heißt, hier funktioniert es auf der Seite super gut bei West, etwas Südwest. Nordwest ist hier kein Problem, ist hier auflandig. Und wenn man auf die andere Seite schaut, jetzt sieht man da zwar nur gerade Land, aber auf der anderen Seite ist, wie gesagt, das Meer. Und da hat man dann eben ablandig, also auch spiegelglattes Wasser kann man sich hier aussuchen, welche Seite man nimmt. Also hier ist es super gut für Anfänger eben auch, weil man Stehrevivierte überall hier. Keine Steine, viel Platz und ja, weiß nicht, was du sonst noch so denkst. Es sieht auf jeden Fall super aus. Wie sieht es mit Fäulen aus? Ist es ein Fäul-Revier? Ja, Fäulen kann man hier auch auf der Seite. Hier wird es dann da, wo man sehen kann. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ungefähr nach 200 Metern wird es ein bisschen dunkler. Und da wird es dann langsam tief. Und ja, und ab da kann man eben auch super gut vollen. Und wie sieht es mit Wellen aus? Ja, Wellen, der Spot ist hier einer Dänemarks bester Freestyle-Spots. Deswegen ist eher so Welle hier nicht so angesagt. Aber dafür hat man eben hier spiegelglattes Wasser. Und dafür kommt man eigentlich hier hin. Wenn man Welle haben will, muss man hier ein bisschen weiter fahren Richtung Mön. Das ist dann die nächste Insel. Und da hat man dann, ja, Wave-Bedingungen. Da ist ein Kreidefelsen vorgelagert. Und da hat man super gute Wave-Bedingungen auch. Okay. Eine halbe Stunde von hier entfernt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Hier links sieht man jetzt quasi die andere Seite, wo dann bei anderen Windrichtungen funktioniert. Timo, kannst du uns auch noch erklären, wie sehr kann man sich hier auf Windfinder verlassen? Was muss im Windfinder stehen, dass wir hier kiten können? Ja, also an dem Spot hier, wie gesagt, gehen ja mehrere Windrichtungen. Geht ja immer bei West, wie wir eben gerade hatten. Oder eben auch bei Ost in der anderen Richtung. Und das Coole ist eben hier, dass es eben gerade bei östlichen Richtungen extrem viel Thermik hat. Das heißt, wenn Windfinder, wenn man mal 10 Knoten ansagt, kann es hier auch locker 20 Knoten haben von Ost. Also östliche Windrichtungen hier sind sehr, sehr beliebt, gerade im Sommer. Weil im Sommer, wo es ja bekannt wenig Wind hat, hat es hier immer mehr Wind. Und das ist gerade heute, das ist eigentlich ganz selten. Jetzt stehen wir hier zwar gerade heute ohne Wind. Bisschen dumm, aber eigentlich hat es hier so gut wie immer Wind an dem Spot. Das heißt, Ostwind ist verstärkt. Ist es beim Westwind dasselbe? Extrem, nein. Beim West ist es zwar wie so eine Schleuse. Also es hat schon ein bisschen mehr Wind hier bei West, aber bei Ost ist es ganz extrem. Weil über das Land, es wird aufgewärmt und dann kommt das Wasser. Also kann es hier schon doppelt so viel haben, wie es eigentlich angegeben ist. Gerade bei gutem Wetter. Also das sieht echt nach einem fantastischen Spot aus und wir werden mit Sicherheit wieder hierher kommen, wenn es Wind hat. Cool, ja. Morgen hat es Wind. Wir haben leider heute keinen Wind für Freestyle, aber wir gehen jetzt mit dem Sup raus und genießen das Panorama hier. Hallo, zurück. Wir haben jetzt einen coolen Tag auf Pfalster Lolland verbracht. Mit dem Timo vom Surfcenter, der uns da die ganzen Spots gezeigt hat und für eine Runde Stand Up Paddeln auch zu haben war. Wir fahren jetzt weiter nach Fehmarn und zwar mit der Scandic Lines Fähre. Ich glaube in anderthalb Stunden sollte man dann auf Fehmarn sein und dort sind wir dann die nächsten zwei Tage. Gute Morgen. Morgen. Es ist dreiviertel 10 Uhr morgens. Wir sind am grünen Brink auf Fehmarn. Wir haben heute Nordostwind mit ungefähr 6 bis 7 Wovor. Es sind schon jede Menge Leute draußen und jede Menge Leute werden noch folgen. Es schaut ein bisschen böig aus, aber durchaus fahrbar. Ich werde mich jetzt auch gleich mal ins Outfit schmeißen und werde hier eine Session rocken. Das Thermometer im Auto hat ungefähr 12 Grad angezeigt. So mit Windchill wird es nicht wirklich richtig warm. Direkt am Kitespot vom grünen Brink gibt es auch dieses Restaurant. Es hat zwar aktuell geschlossen und ich kann nicht genau sagen, wann das geöffnet hat, aber hier sind auch Toiletten. Der Parkplatz, wie man hier sieht, wird auch als Stellplatz genutzt von sehr vielen. Und soweit ich weiß, ist das auch erlaubt, sofern man natürlich die entsprechenden Parkgebühren bezahlt. Also der ist auch heute komplett voll mit Wohnmobilen und Bussen. Direkt am Spot schlafen macht doch auch Sinn. Ein letztes Mal von der Ostsee. Nach sieben Tagen entlang der dänischen und deutschen Ostsee sind wir jetzt wieder am Weg. Und ja, es war wunderbar, hat uns super gefallen. Vor allem die Landschaft in Dänemark ist einfach ein Traum. Die Strände sind unglaublich weitläufig groß und alles ist Natur pur und man kann quasi mit dem Bus an so vielen Orten freistehen. Das ist unglaublich. Unsere Unterkünfte, Campingplätze und so weiter war alles spitzenmäßig. Das einzige, was vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig für uns ist, ist das Wetter. Also es ist schon deutlich kühler als bei uns in Österreich um die Zeit, würde ich mal sagen. Und dicke Jacke, Haube und Pullover ist ein Muss. Wobei ich sagen muss, wir haben größenteils Glück gehabt. Es war relativ warm mit 12, 13 Grad, also relativ. Aber war alles okay. Das muss man ein bisschen gewöhnen. Aber ansonsten war alles perfekt. Wir kommen definitiv wieder. Aber auch die Kitespots waren extra klasse. Vor allem genial und ungewohnt für mich als Binnenseekiter ist einfach die Vielfalt an Spots. Jetzt verstehe ich auch viel besser, einfach warum immer nach Stehrevier etc. gefragt wird. Weil die meisten Spots hier einfach Stehrevier haben. Das gibt es für uns an den Seen oder am Meer. Ansonsten wäre kaum irgendwo weltweit. Trotzdem, wir haben tolle Wellenreviere. Wir haben Freestyle-Reviere gesehen. Wir haben coole Foil-Reviere gefunden. Viele Spots, wo man direkt am Spot mit dem Bus stehen bleiben kann. Drei Meter geht, seinen Kite aufbaut und einfach mal Spaß hat. Ein, zwei Stunden dann wieder einpackt und schon wieder weiterfährt. Also echt komplett anders als bei uns zu Hause in Österreich. Aber echt fantastisch. Wir haben von gar nichts los bis überfüllte Spots alles gesehen. Überfüllte Spots mag keiner so richtig. Aber ich glaube, wenn man sich immer so die richtigen Tage aussucht, dann findet man auch leere Spots hier an der Ostsee. Auf jeden Fall unglaublich toll und wir werden wiederkommen. Und jetzt geht es für uns weiter nach St. Peter-Oding. Da waren wir auch noch nie. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal und schreibt es uns in den Kommentaren, wo euer Lieblingsspot an der Ostsee ist. Bis zum nächsten Mal.